Jo Max, es ist wieder Fasnachtszeit, doch immer Spaß, wie soll's auch sei, belabern, lachen und sind gut drauf, ne, und lassen alle die Sorge verpuffen. Das stimmt, und da hocken wir halt hier auf die Bienen und wollen eigentlich ein bisschen was von uns am Leben erzählen. Der Fachkräftemangel zum Beispiel, das ist kein Scherz, man suche gescheite Leute, ganz ohne Pfärz. Mechaniker, die unsere Autos reparieren, Verkäufer, die unsere Kundschaft inspirieren, es ist wie Schatzsuch, doch die Schätze sind rar, aber, wenn man mal einer findet, sind die wunderbar. Drum, liebe Leute, wenn ihr's könnt, dann macht's uns recht, wenn ihr den Gescheite kennt, dann sagt's uns gleich. Verspricht. Und der Chipmangel, immer noch, das ist so eine Sache. Die Hersteller konnten nicht so produzieren, wie man's hengedacht. Die Autos, die haben ewig gedauert, uns ist schon halb die Kundschaft versauert. Aber jetzt, ihr Leid, lasst's euch sagen. Wir haben der Hof voller Neuerwache. Braucht ihr was, kommt vorbei, jederzeit. Egal, ob Verbrenner oder Elektro, alles steht hier für euch bereit. Ach, die Elektromobilität, die macht uns Kummer. Die BAFA-Prämie, die ist jetzt ach komplett runter. Aber, unsere Hersteller, das sind geile Leid, sorgen mit ihrer Umweltgarantie dafür, dass jeder Kunde sich freit. Kia zum Beispiel, bis zum 31.03. Bitte, du lachst. Gib der Kunde das, was der Staat nett macht. Respekt. Doch trotz all der Hürden, die uns so widerfahren, wir bleiben noch optimistisch. Auch die nächsten Jahre. Wir lieben unseren Beruf, das ist ganz klar. Und wir sind auch immer für unsere Kundschaft da. Und lasst uns auch, ihr Stimmer hebe. Für Vielfalt gegen Rassismus, das ist, wofür man stehe. Wir sind bunt wie Regenbogen im Sunne scheu. In unserem Veräu, da sind alle Farbe dabei. Lasst uns zusammenhalten, stark und vereint, gegen Hass und Verbot. Wir sind für die Menschlichkeit. Das ist unser Gebot. Ja, drum liebe Leid, vergesst's net beim Fahrer. Kommt ins Autohaus vorbei, wir helfen gern, ganz ohne G'Fahrer. Ränk Weindl, bleibt euer Autohändler, das ist ganz klar. Und wir sind A224, immer für unsere Kundschaft da. Jetzt schließen wir ab mit dem letzten Wort. Genießt die Fastnacht, so wie sie es gehört. Wir wünschen euch viel Freude und Gesundheit dabei. Und hoffen, ihr hatten viel Spaß mit uns zwei. Prost! Prost!